Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Tagit Legion. Ja, wir spielen auf der 1.7 und zwar auf dem Server mit Nico, mit Luca, mit Cell, mit Jan, mit Nils und mir dem Timo. So, ich hab dir deinen Rucksack gegeben, Marcel, ne? Ja, und mir dem Timo. Nils, was bringt ein Kompressor? Und Luca ist scheiße. Er hat Items mit. Er ist Kompressor mit dem Ding. So, alles läuft noch? Ich hoffe, alles läuft. Ja. Nico, wo soll ich dein Bild eigentlich hin machen? Ich weiß nicht. Genau in die Mitte. Am besten über deins. Oh, shit. Ne, sagt mal. Oben rechts ist die Map. Unten rechts? Oder unten links? Unten links, wenn man ja. Wo reng ich eigentlich hin? Das ist die Frage. Das funktioniert gar nicht. Unten links solltest du es machen. Ja. Oh, ich will dazu gehen, Dias finden. Unten links. Sind doch sie. Ja. Unten links, unten links. Hm. So, erstmal. Den Bergarbeiterrucksack und den Schöpferrucksack. Nein, ist das an diesem Backpack, dass da automatisch alles, was du abbaust an Erzen, da sofort reingeht. Das heißt, du brauchst ihn extra mal reinpacken. Ist ja cool, Alter. Echt ja. Ich dachte, das heißt, es geht einfach automatisch rein. So. Bergarbeiterrucksack habe ich dabei, dann nehme ich Holz mit. Äh, Kohle werde ich ja wahrscheinlich finden. Trotzdem könnte ich ja mal ein paar Fackeln machen, schon mal. Haben wir denn so viel abgebaut, was uns so viel Level gegeben hat, Jan. Ich glaube, mein Level 8. Weiß ich nicht. Ähm, brauche ich noch was, wenn ich in der Höhe, wenn ich farm gehe? Äh, Fackeln, Spitzsacken. Holz. Kohle, vielleicht noch ein bisschen was, weil es hier fucking ausgehen. Essen. Und, äh, was zum Kuberbau und sowas wie Cubblestone. Anfangen, weil es so direkt oder so. So, Sticks habe ich dabei, dann noch. Noch richtiges Holz. Und, bei mir leckt es gerade irgendwie ein bisschen. Die Items machen eigentlich ein bisschen. Also, bei mir leckt es. Leute, nächstes Film ja. Und Essen. Jetzt nicht mehr. Ich habe gerade einen Riesenbaum abgebaut. Achso, deshalb. Ja, muss das gut sein. So. Ist unter meinem Haus schon alles weggefahrt, oder kann man da noch farm? Ist schon alles weg. Ja, unter meinem Haus. Du könntest noch ein bisschen was finden, aber vier ist da nicht mehr. Echt? Ja. Oh, ihr dreckigen, ihr netten Menschen. Weiß nicht, ob ich da was weggefahrt habe. Also, ich habe da eigentlich nichts weggefahrt. Ich war unter deinem Haus farm. Ja, ist doch nett. Ja. Warum? Dann hat er sein eigenes Haus zugegeben. Leuchte. Ich bin unter meinem Haus keine Höhle. Ich farm jetzt unter Jans Haus Erde. Hey, nein! Ja, mach das! Ja, mach mal, dann hebst du mir mein Keller aus, wäre nett. Ja, das wäre schon wieder zu nett, für ihr dann. Ja, er sagt mir, ich habe 60 FPS, aber irgendwie kann das gar nicht sein. Warum? Weniger, oder? Ja, ich habe so, als wenn es nicht ganz flüssig laufen würde. Ich habe keine Gerugler, aber es verschwimmt so ein bisschen, wenn ich mich... Ist halt so ein bisschen komisch, aber er sagt hier 54, 55 FPS, also das kann irgendwie nicht sein. Mhm. Ich weiß nicht, woanders liegt. Ich hatte vorhin eben meinen Desktop gesehen, aber ich denke, da ist nichts. Hast du den Pornos weggepackt, oder? Können sie sich ruhig angucken. Pornos und auf dem anderen Bildschirm. Ja, gut. Dass du nichts zu richtiges auf dem Desktop hast, dass sie... Könnt ihr ja jetzt nachgucken, ne? Nein. Ich muss mich noch mal daran erinnern, dass ich gucke, aber... Ja, ich muss das rausschneiden. Ich muss das rausschneiden. Können wir da ein Bild von mir einblenden? Ja, dann müssen wir aber auch einstecken, ne? Ja, okay. Einfach sein WhatsApp-Gefeld. Ja, genau. Das ist eh das Kuschel von allem. Du hast ja eben gerade die Erlaubnis gegeben, ne? Nö, das ist... Ich kann das so schneiden, da könnt ihr eins von mir nehmen. Dann wäre es nochmal der bessere Ofen, den ich bauen sollte. Aber, was ist zu wenden durch, aber... Iron Furnace, oder Eisenofen. Loll, was war das denn? Bei mir hat der gerade alle Chancen neu geladen. Loll. Für mich nicht. Ähm, weil ich hab noch genau acht Eisen. Für mich gar nicht. Was für ein Leggen hast du so... Server-Leggen. Nö, dieses Abbau-Leggen, dass es wieder zurückgebracht wird. Du hast aber auch nur 4 Bar. Aber du hattest eben einen richtig hohen Ping, meinte er. Ja, bevor du duschen... Ne, ich war im Duschen. Aha. Er war duschen. Ich hab das wie er vorne so geschoben. Ja, stimmt. Du warst duschen. Ich war duschen, aber relativ... Und einen hohen Ping. Ja, wow. Stimmt, der hat gerne Erfahrung mit. Ja. Ich hab' ja auch einfach im Porno geguckt. Als ob. Oder hochgeladen oder runtergeladen. Wer weiß. Hochgeladen. Ja, ich geladen im Porno. Game-Porno. Alles klar, Luca. Ja, ja. Die magst du am meisten. Ja. Wenn die von dir sind. Die magierndi wohl echt. Sind... Einfach keine Dias. Ich frag grad so, sind viele... Wollt grad fragen, sind viele Zombies in Höhlen? Ja. Es sind viele Zombies. Nils, bist du auch mein? Nils? Ja? Nils? Bist du auch mein? Nils? Scheiße, ich hätt' doch den Jägersdingens mit... Nils! 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 Hey, Leute, du warst grad... Du hast einfach nur Nils gesagt grad. Nils! Hallo, er spricht mit dir. Ich bin Farben, was ist denn hier? Hallo, Nils! Nils, er spricht mit dir. Ja, sag ruhig gar nichts. Nils! Ja, er... Er... Er ignoriert uns einfach alle. Ah, alles klar. Gekont. Äh, haben wir... Doch, wir haben ne neue Folge angefangen, ne? Ja, haben wir. Ja, keine Ahnung. Luca, komm mal... Komm mal, auf ihr andere Flussseite. Als ob ich jetzt nichts anderes zu tun habe, als zu dir zu kommen. Geh jetzt sofort zu Jan, Luca. Hast du ihn nicht gehört? Vor mir, also vor Timos Haus. Wenn Jan sagt Stopp, alle anhalten. Wenn Jan sagt Komm her, alle herkommen. Jan, wenn mein... Wenn meinem Haus oder meiner Umgebung irgendwas passiert, ne? Dann passiert dir richtig viel. Baaah! Oh, diese Mini-Zombies, ne? Man, nicht leicht. Na, Jan. Alter, übertreib Jan. Viel Spaß, jemand beim Abbauen. Richtig übertrieben, oder? Ja, was hast du denn gemacht, Jan? Äh, viel Spaß beim Abbauen, Timo. Oha. Hihihi. Das kann ja nur Cobblestone sein. Oha. Warum? Weil Jan das jetzt vorhin gesagt hat, er möchte irgendjemand mit Cobblestone trollen. Leute, hab ich... Ja, jetzt leckere ich auch. Ja, ist auch nur kurz. Hat das mit dem zu tun, was da passiert ist, Jan? Weg gerade, generiert einer? Äh, das kann aber echt gut sein. Was ist denn da, Luca? Ja. Siehst du dann schon, ne? Will nicht spoilern, das wäre ja langweilig. Ja, ich mach jetzt erstmal die Farmtour meines Lebens, also ich werd hier so schnell nicht... Ja, sag mal, ich kann's nicht sehen. Mach die Augen auf. Der Maun. Mein Spruch. Geh jetzt gleich an die Oberfläche und zufüllen. Mein Spruch. Ja, den hab ich zuerst gesehen, ja. Koppel, 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 koppel. Oh. Halleluja. So. Ähm. Klipp, klipp, klipp. Eigentlich hab ich keinen Bock auf Canyon. Auf Kanon? Hm. Alle meine Enten schwimmeln auf dem See. Nö. Oh, du, ein Einsatzlooper. GG. Ach man, ey, wie... Ach nee, wie, Timo kommt jetzt nach Hause, man. Ja. Können wir schlafen? Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du hast so eine Art, dass man immer sofort weiß, was du willst. Ja, dass du nicht nach Hause kommst, richtig. Alles klar. Also schlafen wäre echt gut, ja, ich brauche... Weil ich gerade mein Dach baue und es ist scheiße, wenn es dunkel ist, hier ist alles offen. Ja, ich kann aber nicht schlafen. Dann lockt euch aus. Nein. Das geht Cheater. Leute. Außerdem nehme ich auf, ich kann mich nicht auslocken. Ja. Ich nehme auf. Ich kann nicht aus. Oh, ist das erstmal vielleicht eine andere Ausrede? Escape und quit game. Ach komm, nein, das geht nicht. Escape und quit game. Luca der Profi. Vielleicht kommt er wieder mit seinem PS4-Sort dann. Hä? Quit game. Alles klar. So. Gut, der nimmt alles auf. Aber der Canyon ist nicht so ergiebig. Wart ihr hier schon im Canyon? Folge vorbei. War in keinem Canyon. Ja, Leute, das war's wieder mit einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.